Mit Veröffentlichung der aktualisierten Fassung der Feuerwehrdienstverschirm 500 Einheiten im arbitrieren Satz im Januar 2022 hat sich auch bei den Dosisrichtwerten etwas geändert. Der Begriff Dosisrichtwert wird jetzt Referenzwert genannt. Die Referenzwerte sind Dosen, also nicht die Getränkedosen, sondern die Mehrzahl von der Dosis, die wir für bestimmte Tätigkeiten im Einsatz, wie zum Beispiel der Menschenrettung, in einem bestimmten Zeitraum maximal aufnehmen dürfen, damit wir möglichst keine negativen Auswirkungen auf den menschlichen Körper zu erwarten haben. Anfangen tun die Referenzwerte bei einem Millisievert für die Aus- und Fortbildung pro Kalenderjahr und für Frauen im bewerflichen Alter gilt, dass pro Einsatz und Monat zwei Millisievert nicht überschritten werden sollen. In der alten Version der Feuerwehrdienstverschrift waren zum Schutz von Sachwerten 15 Millisievert pro Einsatz festgelegt. Das könnt ihr aber vergessen, denn in der neuen Version sind es jetzt 20 Millisievert je Einsatz- und Kalenderjahr. Und das nicht nur zum Schutz von Sachwerten, sondern zum Schutz der Umwelt oder von Sachgütern. Die Referenzwerte entsprechen den aktuellen Vorgang des Strahlenschutzgesetzes. Neben den 20 Millisievert gibt es noch 100 Millisievert je Einsatz- und Kalenderjahr zum Schutz von Menschenleben oder der Gesundheit. Und 250 Millisievert je Einsatz und Leben zur Rettung von Menschenleben und neu dazugekommen ist zur Vermeidung schwerer strahlungsbedingter Gesundheitsschäden oder zur Vermeidung oder Bekämpfung von Katastrophen. Die Einsatzleitung kann zur erkennbar möglichen Rettung von Menschenleben, zur Vermeidung schwerer strahlungsbedingter Gesundheitsschäden oder zur Vermeidung oder Bekämpfung einer Katastrophe sogar einen erhöhten Referenzwert von 500 Millisievert festlegen. Ganz wichtig in diesem Fall ist, sofern im Einsatz die effektive Dosis 100 Millisievert überschreiten kann, darf die Tätigkeit im Einsatz nur von Freiwilligen ausgeführt werden, die vor dem jeweiligen Einsatz über die Möglichkeit einer solchen Exposition informiert wurden und ihrem Einsatz zugestimmt haben. Empfohlen wird deshalb, im Rahmen einer jährlichen Unterweisung auf diese grundsätzliche Freiwilligkeit hinzuweisen. Der Hinweis in der Fortbildung entbindet den Einsatzleiter aber natürlich nicht davon, die Abfrage der Freiwilligkeit an der Einsatzstelle durchzuführen. Zum Messen der aufgenommenen Dosis werden Dosis Warngeräte genutzt, welche beim Erreichen einer der eben besprochenen Referenzwerte von 1, 20, 100 und 250 Millisievert alarmieren und die man dann manuell nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter hochstellen kann. Dosis Warngeräte werden auch Personendosimeter oder Alarmdosimeter genannt und sie werden zu Einsatzbeginn auf die kleinste Alarmspelle eingestellt. Die Dosis Warngeräte müssen im Einsatz möglichst nah am Körper getragen werden und dürfen nicht abgeschirmt werden, zum Beispiel durch ein Funkgerät in einer Tasche, welche sich direkt vor dem Dosis Warngerät befindet, um den Wert nicht zu verfälschen. Diese Geräte addieren die aufgenommene Dosis und durch die Änderung der Vollbedienstvorschrift sind sie bei den meisten vermutlich noch auf die 15 Millisievert Alarmschwelle eingestellt. Das ist aber nicht das Problem, weil 15 Millisievert weniger als 20 Millisievert sind und die Anpassung der Geräte an den neuen Referenzwert sollte man in den nächsten fünf Jahren anstreben. Zur Rettung von Menschenleben darf übrigens auch ohneamtliches Personendosimeter und Dosis Warngerät vorgegangen werden. Es muss aber mindestens Isoliergerät, Feuerschutzhaube und Feuerschutzkleidung gemäß EN 469 getragen werden. Weitere Informationen dazu findet ihr in der neuen Feuerbedienstvorschrift 500 Stand 2022. Hier gibt es kostenlos im Internet, stelle ich mal in die Videobeschreibung und wenn es euch gefallen hat, wenn ihr hoffentlich was gelernt habt, dann abonniert gerne den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, stellt ihr beim nächsten Mal wieder ein, bleibt gesund und hau dran, euer Alex.